Warum nicht? Weil die Digitation davon abhängt, wie das Digimon behandelt wird. Okay, also hat einer den Quellcode versaut. Wer einen Digimon schlecht behandelt, zieht doch eine dunkle Digitation dabei raus. Aber vielleicht jemand eine dunkle Digitation. Dann muss man das Digimon schlecht behandeln. Leute, wir sind blau. Alle weg hier. Nicht weiter da hin. Ja, ich wollte ihn eigentlich abnehmen und werfen, aber dann wurde ich auch noch mal angedotzt. Nehme ich. Ah, der andere hat vor mir gefangen. Wir mussten auch nehmen. Ich wollte ihn nehmen, aber der andere hat ihn vor mir abgefangen. Springenutz. Ich bin gleich nur vom Essengeruch besoffen. Sehr gut. Du solltest da aber auch nicht zwölf Bier reinmachen, sondern ein Bier in so eine Soße. Außer wenn da steht eine Einheit, ist das nicht ein Kasten. Nicht? Nee. Ein Fass, oder? Ein Fass, genau. So gehe ich mit meinen Gewürzen auch immer um. Eine Prise bedeutet ein Streuer. Ups. Ja. Ja. Ah ja, die Umi. Hat sie wahrscheinlich auch gleich mal ein Starkbier genommen. Oder so, oder anstatt eine kleine Bierflasche, so eine 0,3er, so eine Faxedose. So eine 3 Liter oder so ein 5 Liter Fässchen. Oh Mann, wird schon wieder gesprengt worden. Ich verstehe nichts vom Kochen, ich würde sagen, das ist richtig. Aber ich habe nichts gegen Bier-Suppe. Schwarzbier, 0,5 Liter. Hm. Ah. Bräuchte ich nicht. Oh glaub mir. Ich guck mal, vielleicht haben sie ja... Oh, ich hoffe, die haben ein richtig gutes Curry. Wenn es scharf ist, will ich es nicht. Wenn es nicht scharf ist, will ich es nicht. Es wurde mir auf dem Matsuri empfohlen. Also hoffe ich einfach mal, die haben das auch auf dem Curry Sumaru. Ja. Was ich gelernt habe, ist das japanische Weihnachtsfest. Wenn du das sagst. Ja, habe ich gegoogelt. Das ist wahrscheinlich nicht das Kirschblütenfest, weil Kirschblüten gibt es gerade nicht. Nein, ich habe es gegoogelt, das ist tatsächlich das japanische Weihnachtsfest. Und der hat mir jetzt ganz ungünstig den Ball gebraucht. Ja. Also unser Kollege. Der andere drückt gerade ganz ungünstig. Ah, jetzt hüpft das Ding 30 Mal über mich drüber. Holz auf den Weg. Genau aus dem Weg. Wolf unterwegs. Ist. Auf den. Hab ich. Sehr gut. Der fliegt gut. Ja. Wir führen weiter. Und ich hab den sogar noch. Sehr gut. Most wanted Wolf. Ja. Ja. Aber ich hab gesehen, es gibt ein richtig cooles Banner hier im Pass. Es kann sein, dass das mein Pizzabanner abbrüßt. Ja. Nein, ich wurde weggerammt. Nach all den Jahren. Ja. Und der ist nicht mal gut. Und der ist nicht mal gut. Wirfurt. Ich wollte ihn davor geschminkt wollen. Muss schneller sein. Ja. Jetzt werf ich. So. Ball ist lieb. Lass den nur noch übernehmen. Und jetzt verrühren. Irgendwie ist er nicht weit gekommen, sondern nur nach oben. Nee. Aber ich hab ihn unserem Kollegen wieder abgenommen und hab ihn dann reingebracht. Oh. Sorry. Das warst du. Ja. Ich hab ihn geworfen. Au. Er kam nicht an. Okay. Den wirft er ganz weit weg. Oioioi. Was noch? Aber er fängt ihn auch wieder. Ich bin explodiert. Mist. War schon so kurz vor ihm zu holen. Hab ich. Den nehme ich. Oh. Einen hab ich aus dem Weg geräumt. Weg. Rein mit. Den hab ich. Sehr schön. Einen hab ich bekommen. Jum. Von Not. Wenn du das mit Indikationen und so weiter verstehen willst, darfst du gerne mal Digimon World 1 spielen. Nein. 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 Das muss nicht sein. Ich bleibe keusch. Ich bleibe rein. Und der nächste. Ja. 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 Ist aber ein sehr lustiges Let's Play auf meinem Kanal. Glaub ich dir. Aber ich muss gestehen, das ist halt leider nicht meine Welt. Weder Poké noch Digi. Ja, aber... Weder der Digi noch der Poké. Pokémon und Digimon unterscheiden sich ja enorm. Ja, ja. Sind aber beides Mons. Ja. Es sind beides Arten von Monster. Das stimmt. Ja. Ich hab ihn gehalten und hab ihn dann wieder abgenommen bekommen. Gemeinheit. Ich hab ihn gehalten und hab ihn dann wieder abgenommen bekommen. Ibung. Und jedes Digimon Spiel funktioniert auch anders. Digimon World 2003 funktioniert ganz anders als Digimon World 1. Au. Dieser Wabpro tötet mich immer. Und Digimon World 4 ist nochmal was ganz anderes. Ja. Ja. Wobei ich Digimon 4 nicht so gerne hab. Ja. War das der Richtige den ich umgebracht hab? Nein. Der Wabpro hat immer noch den Ball gehabt. Oh. Ja. Oh der war gut. Nein der wirft ihn wirklich. Anstatt rein zu fahren. Und den hat er gut. Er hat ausgespielt indem er geworfen hat. Er hat nur den letzten Buff nicht machen müssen. Ja egal. Wir führen massiv. Und ich bin MVP. Da freut sich der Wolf. Weil die wichtigsten Sachen sind vorhanden. Du kriegst doch nur die Musik immer ran. Gibst doch zu. Das auch. Ich bin sogar Zweiter. Aber jetzt hab ich meine Mission fertig dreimal bester Spieler zu werden. Jetzt kann ich einfach mal kurz zum Hauptmenü zurück. Dann mal wieder mal kurz. Mal kurz Missionen abholen. So. Stimmt. Wir haben die Spiele gewonnen. Richtig. So. Das können wir. So. Dann. Ich bräuchte 5 Matches in Cooperative Playlists. Und. Ich muss dreimal bester werden. Ich muss noch einmal bester werden. Ich muss noch 8 Leute kaputt machen. in dem anderen Modus. Kann ich nur kurz auch ordentlich. Nö. Können wir auch so machen. Kein Problem. So. Dann spielen wir noch ein bisschen nochmal. Dann spielen wir noch mal den Modus hier. Auf geht's. Wir können auch die 5 Competitives schnell machen. Nee. Ich werde jetzt noch schnell einmal MVP. Okay. Ich glaube ich werde eher in so einem Spiel MVP als in einem anderen. Brauche ich aber wahr. Aber ich brauche nur noch 4 Tore. Dann habe ich eine Mission wert. Ja dann. Mach ich halt 5. Mach das. Ich will ja eh jetzt Leute kaputt machen in dem Modus. Na dann. Töte mal ein paar Leute. Warte dir mal. Das habe ich schon hinter mir. Das ist sowas von letztes Jahr. Und da ist schon das erste Tor. Und das ist der Wolf. Aber es war wenigstens meine Vorlage. Aber es war wenigstens meine Vorlage. Und dann habe ich auch nicht einen Augenpappen. Gumi. Was ich jetzt immer noch wissen müsste ist. Streamen wir jetzt eigentlich am Wochenende? Als ich bei dir bin? Und wenn ja was? Und wie viele? Und wenn ja. Äh. Genau. Welches Spiel? Will ich irgendein Horrorspiel? Hat ja überlegt Blavage machen zu können. Leute. So kann ich nicht arbeiten. Nehme ich da ein Kehrte. Die Ecke. Entschuldigung. War zu 80% keine Absicht. So 90%? Ja es sind noch 20 übrig. Ach verdammt. Der fliegt rufen Gegner nicht. Ich habe schon wieder einen umgewacht gehabt in den Spielen. Die fahren von mir weg. Der ist normal. Der ist über mich gesprungen. Der war gut. Hat er gut gemacht. Die wollen sich nicht umbringen lassen. Es wäre nur am Freitag möglich. Wann und was? Ja das ist die Frage. Wann was? Das ist die Frage. Also. Die Sache ist. Weil ich. Wir könnten natürlich den letzten FNAF machen. Den bisher letzten FNAF. Meinst du? Hat er mir eiskalt den Ball nochmal weggeschnappt. Ja. Aber ich habe leider keinen Touchdown bekommen. Weil da noch einer von der Seite kam. Das war natürlich eine gewollte Abgabe. Ja. Oder ich mache wirklich. An der Reihe. Halt jetzt. Cleavage kommen würde. Weiter. Und dann wäre das. Cleavage. Aber ich will nicht fassen. Ich bin das gar nicht. So. Aber jetzt ist Monzy. Monzy neunze. Monzy neunze. Ich fühle mich plötzlich wieder krank. Wegen FNAF oder was? Lumi, du warst schon die letzten zwei mal krank, du darfst nicht schon wieder krank werden. Ja, darfst du nicht. Ich bin an der Reihe. Du warst schon an der Reihe. Du bist krank gewesen worden sein. Ja. Und ich muss es nicht mal spielen. Ich habe es schon gespielt. Ist keiner hinten beigeklaut. Läuft das gut? Mach was draus. Ja los. Der Monzi hat ihn wieder geklaut. Der gute alte Monz, so kenne ich ihn. Der Ding gehabt, da war ich, aber da war er vor mir. Ich bin für einen ruhigen Abend mit G aufs Ganze und danach Black Widow. Okay. Kommt da G aufs Ganze? Ich habe die Show geliebt. Also jetzt mal ohne Müll. G aufs Ganze ist Liebe. Wer moderiert das jetzt? Weiß nicht, wer das jetzt moderiert. Wie weißt du, wer das moderiert? Wahrscheinlich kein Pflaume, der moderiert irgendwie alles. Ist den er da abgefangen. Den habe ich abgefangen. Franke, Franke, ich stehe hier. Er hat mich abgefangen. Und Poo hat mich umgebracht. Was? Poo? Die Band? Nein, Poo. Der Winnie. Ich habe verstanden, die Band hatte ich umgebracht. Nein, nein, Winnie the Poo. Winnie the Poo. Winnie the Poo. Diddle 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 diddle, verdammt. Jetzt kommen sie wieder nah. Der, der das auch vorher moderiert hat. Oh, die haben den Alpen wieder herausgegraben. Weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, den haben sie wahrscheinlich wirklich ausgegraben. Aber ich habe noch ein Gesicht von ihm. Wie viele hatte er denn, dass er die 1 abgeben konnte? Mehrere. So, ich habe reingefahren. Ding, 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 ding. Das habe ich schlau gemacht. Guckt es euch an. Einmal links gezuckt, einmal rechts gezuckt, einmal links gezuckt, einmal gehüpft. Dann wieder er verfahren und perfekt. Grandos. Weil mich ja sonst keiner lobt, muss ich das halt selbst machen. Ja, ich lobe dich, sobald du MVP am Ende bist. Nein, aber das geht nicht, wenn dieser komische Minzo immer die Tore macht. Jetzt ist er wieder der Erste. Ja. Der Monzi. Monz. Nee, Moss. Er macht mich fertig. Oh, da komme ich nicht dran. Auch eine tolle Serie, die ich als Informatiker genauso unterschreibe. Der macht noch eins. Nein, da komme ich nie wieder ran. Okay, wir müssen noch eins machen. Den Monz schaffe ich nicht mehr. Der ist gerade zu glatt. Ja, wir müssen sowieso noch eins machen. Ich schaffe hier auch keine Zerführung. Also ich habe zwei jetzt. Der Monz ist gerade zu gut unterwegs. Oh, das wird ein doll gegen uns. Nee, wird es nicht. Okay. Nein, ich hätte ihn gehabt. Hatte kurz den Ball. Noch mal Fahrte kurz. Er hat ihn auch kurz und Puh ist wieder da. Danke, Lumi, fürs Kraulen. Uuuu. So, dann machen wir das mal wieder ganz gekonnt, wie vorhin. Oh nein. Hat mir jedes Mal geklaut. Dabei habe ich schon den einen Gegner aus dem Weg geräumt. Definitiv nicht aus Eigennutz. Weil ich würde ja niemals Eigennutzig handeln. Das war Rado. Oh. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ja, das war keine Absicht. Das will keiner sehen. Will niemand sehen. Also den hast du reingemacht. Ja, sage ich ja. Oh ja, Lob ist gerade nicht drin. Rado. Okay, Jorts. Oh, er hüpft nochmal. Kam nicht mehr dran. Egal. Fuck. Grün. Grün. Röpfmusstück jetzt klauen. Soll ich noch MVP werden. Ah, verdammt. So nicht. Jetzt aber. Ah, immer noch nicht. Verdammt. Bin mir nochmal weggenommen. Okay. Der Mods ist gewonnen. Ärgerlich. Wieder nur Zweiter.